Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Informationsvideo. Und zu Anfang möchte ich erstmal sagen, es tut mir leid, dass in letzter Zeit so wenige Videos hochgeladen wurden. Denn ich habe einfach von der Schule aus gerade wenig Zeit generell zum Aufnehmen. Und deswegen sind es gerade etwas weniger. Das tut mir echt leid. Und jetzt dann als nächstes die wichtigste Ankündigung. Ich bin jetzt ab nächster Woche die zwei Wochen weg im Urlaub. Das heißt, ich kann weder aufnehmen noch hochladen. Was bedeutet, die zwei Wochen wird überhaupt nichts mehr kommen. Ich schaue, dass ich jetzt noch diese Woche so viele Videos wie möglich aufnehme und dann auch noch hochlade. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Nun als nächstes das Thema Cry of Fear. Da kam schon lange keine Folge mehr raus und es wird auch weiterhin so bleiben, weil ich mich gerade einfach irgendwie nicht mehr an dieses Spiel rantraue. Weil ich doch etwas sehr verschreckt war. Naja, also ich traue mich jetzt zur Zeit noch gar nicht mehr dran. Das wird man dann sehen, wann es weitergeht. Und als nächstes hätte ich vor, ein paar neue Projekte zu starten. Zum einen wäre das einmal Lego Herr der Ringe. Und dann eventuell mit dem Elo Fidorosinski würde ich dann noch einen Iron Front machen. Das wird man aber sehen. Lego Herr der Ringe, da habe ich schon mal ein paar Mal probiert aufzunehmen. Hat es noch nicht ganz so gut geklappt. Und deswegen weiß ich nicht, ob es da noch was kommt oder nicht. Ja, dann wäre natürlich eine andere Frage. Hättet ihr Bock auf ein Minecraft Let's Play? Also hat man mir empfohlen. Und da frage ich jetzt einfach mal, schreibt es mir in die Kommentare, ob ich Minecraft Let's Playen soll oder nicht. Und da war es noch, genau, South Park Stick of Groove könnte ich auch Let's Playen, wenn ihr Bock habt. Also schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das wollt oder nicht. Und ich würde mich da auf eine Rückmeldung freuen. Und ihr könnt mir auch gerne andere Spiele reinschreiben, die ich Let's Playen soll. Ja, einfach würde ich mich auf eine Rückmeldung freuen. Und mal schauen. Und ich schaue jetzt, dass ich noch ein paar andere Spiele hier gerade bekomme. Und dann wird man weitersehen. Und ich schaue jetzt, dass ich auch diese Woche irgendwie zur Aufnahme bei League of Legends, Team Fortress und FIFA komme. Und dann wird man weitersehen, wie es nach den zwei Wochen weitergeht. Bis dann. Noch viel Spaß. Ciao. 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 Ciao.